Kurze Frage, mein Name ist Lenin, ich bin Street Style Fotograf, ich fotografiere gut aussehende Menschen auf der Straße. Ich kann euch bitte ein Bild von euch machen, das würde mich sehr freuen, wenn ihr raucht. Können wir das Schild aufmachen? Ja, natürlich. Ich glaube, ich kann es sein. Aber die ist gerade. Können Sie das weglassen? Ja. So bleiben bitte. Eins, zwei, drei. Und jetzt einzeln. Bleib mal so stehen, wie du bist. Ein bisschen seitlich. Genau, so. Und zu mir schauen. Eins, zwei, drei. Okay, bleib mal so, wie du jetzt bist. Schau mal zu mir. Eins, zwei, drei. Oh, das ist richtig schön. Mega. Oh, das ist richtig schön. Ja. Oh, das ist richtig schön. Oh, das ist richtig schön.